ja hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei die sims 4 familie meyer ja sie sind immer noch hier der steffen und die joanne muisha ja jetzt schauen wir mal ein bisschen wir haben kaum noch geld also ich glaube das erste was ich machen muss ist die zur arbeit schicken glaube ich also weiß klar dass noch sitzen war auf pause ok jetzt ist die frage wie kommen wir an arbeit draußen in der zeitung ich vorstelle mal gucken ob es klappt ist das eigentlich ist das luisa und die haut schnell ab was kommt mir die fähigkeit erworben die joanne doch kommen einfach mal rein komm mal rein hallo mit gefühlen spielen nein jetzt erst mal nicht immer später mal ne nein habe ich gesagt karriere da ja karriere möchte was davon karriere einschlagen komm steffen hat keinen job so was können wir denn machen praktiker astronaut business heim agent triftsteller sportler technik guru verbrecher wäre auch cool oder aber wir gehen erst mal hier 16 ist nicht viel astronaut 26 verbrecher kriegt nur 9 live chat berater ok ich glaube das machen wir mal oder technik guru schriftsteller maler machen wir technik guru wir können ja immer noch wechseln glaube ich heute ist zum glück sonntag fängt ja gut an die woche schriftsteller wäre für steffen wen habe ich doch gerade hier live die ideale stimmung konzentrieren videospiel spielen und schon ist er waren streben und merken machen wir alles später inventar machen auch alles später ich bin ich alles angucken am ersten tag ich bin jetzt auf jeden fall schon mal gut so charisma das lernt er gerade machen wir die hier schriftsteller geschichte erzählen so ob die will spielen oder möchte sie Hygiene. So. Das ist Steffen. Das muss sie. Da geht es eigentlich gut. So. So. Und hier. Richtig halten. So. Nicht zu können. Hm. Locken gehen. Haben wir denn ein Videospiel? Mal schauen. Müssen wir bestimmt in den Baumodus. Baumodus. Videospiel. Mal reinschauen. Ob wir da irgendwas finden. Ein Videospiel. Elektronik. 800. Ja. Schon wieder hinfällig. Ja. Wir müssen erst Geld verdienen. Glaube ich. Wieder rausgehen hier. Verwendung von Telefon. Arbeit. Optionen. Nein. Was schlägt der hier alles vor? Wir wollen aufnehmen. Ich muss. Drei Tage bis zur Arbeit. Okay. Bisschen Zeit. Hunger? Okay. Komm, dann lassen wir ihn mal kochen. Ah, komm, Gattensalat. Drei Frauen, die wollen bestimmt was essen. Oh, Fähigkeit erworben. Sehr schön. Können wir drehen? Er kocht schön. Dauert bestimmt ein Bisschen. Fast Food. Ja. Bestimmt Schafe im Fast Food drin oder so. Essen ist fertig, glaube ich, oder? Ja. Die Aufräume. Hatten Salat servieren. Ist er noch bei. Da gibt es Salat. So, zack, zack, essen. Hm? Schalat! Wadisa! Oof. Huh. Samza! Kompleet! Uh-huh. Uh-huh. Yips. Nerf-o-winker. Yana-wa? Hm. Blasho-piefa! Exu! So, dann kann ich mal was essen. Blase, okay. Das heißt, ich muss gleich zur Toilette. Ach, er muss gleich zur Toilette. Tut sich jetzt auch ein. Jetzt ist kein Stuhl mehr. Das ist schlecht. Sie ist aber lange, die Luisa. Oh, die guckt eh fern. Ach, geht's in dem Zimmer essen? Aha. Hallo. Valerie. Oh, wieder zurück. Ja, der muss dann nach oben bedingt. Verwenden. Aber dann einfach. Ist angestellt. Ja, ist kein schönes Haus, aber Dach über den Kopf, ne? Das ist immer das Wichtigste. So, jetzt ist da auch Platz. Sie haut wieder ab. Okay, tschüss. Was macht er jetzt? Ich hoffe nicht, schon wieder essen. So, er bringt das weg. Aber noch nicht in die Küche. Äh, ins Bad. Komisch. Na ja, Hauptsache, es ist sauber, ne? Wo rennt denn jetzt hin? Ach. Das ist aber nett. Sehr schön. Was kann sie denn machen? Ach, ne. Äh, so. Der ist noch eins. Ne, ne, ne. Nein, aufhören. Wir brauchen nicht essen davon. Sogar kein Hunger mehr. Ich will das gleich aufrollen. Selbstsicher. Steffen ist selbstsicher. Sinds mit diesem Merkmal, fühlen sich gut. Und in ihrer Haut. Und stecken voller Zuversicht. Gucken wir mal hier, das heißt so. Sehr gut. Bei Hygiene. So, vielleicht mal umziehen. Kann man alles ändern. So. Energie. Schauen, ob das ein bisschen was bringt. Also, wir müssen uns schlafen gehen. Wie haben wir es eigentlich? 16 Uhr. Da kann man sich schon mal als älterer Herr hinlegen. Verwenden. Hände waschen. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, legen wir den auch mal hin. Verwenden. Sehr schön. Sehr schön. Er muss auf jeden Fall an Geld kommen irgendwie. Das heißt, wir müssen die zum Schlafen legen. Und, äh... Guck mal, eine Dreier-Oberschülerin ist ja. Wo Hausaufgaben nicht begonnen. Ich glaube, da machen wir erstmal das weg. Dann lassen wir uns ja erstmal die Hausaufgaben machen. Wie machen wir jetzt die Hausaufgaben hier am besten? Geht das nicht hier? Aktion. Aktion. Okay. Begonnen. Wo fällen sie jetzt aus? Guck mal das, äh, von außen an. Wie ist das, äh, doch ohne Dach? Kann man das dann doch hier drauf machen, das Dach? Mhm. Oh, das sieht so aus. Das ist schön. Aber das ist ein weiteres. Das ist ein weiteres mit Ha Sug. jetzt aber doch der lacht da schlafen wieder auf wie spiel haben wir es denn mitten in der nacht musste aber richtig wach sein eigen hygiene was immer waren weg nach oder verdorben aufräumen das ist halt grüner dampf das ist ein schöner großer spiegel der badet noch ich war hier haben es war noch am baden nicht viel gemacht in der folge na so einen aktiven oder wer ist das aber schüße träume cool möchte sie das dauert noch ein bisschen glaube ich hier im pool haben angezogen sehr schön aber wir ziehen uns mal was anderes an schön ich meister das erstmal weg dann nehmen wir uns mal eine Mahlzeit essen Joghurt oder? Joghurt ist gut ich weiß nicht warum man immer im Waschbecken abspült Ah Joanne ist auch schon wach Guten Morgen um 1 Uhr richtig gesunde Zeiten haben wir So ist angezogen Wollte eigentlich einen Joghurt essen oder nicht? Was kocht sie jetzt? Hey muss aufpassen Tomate ok Okay Hm Oh Wut 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 Sehr schön. Ich habe noch nicht mitbekommen, was das bekommen ist, aber... Sie kocht und ich esse es. Auch nicht schlecht. Zürpah, Hemspa, Jarjuq, Blefi, Yerbek, Pfefferoo, Skufa, Kweba, Parsikang, Oberoi, Emfloy, Fribe, Huidaba. Hm. Irgendwie muss sie auch gleich... Sind sie ja gleich mal zum Joggen schicken. Mal gucken. Und ihnen auch. Auch wenn das jetzt nicht so, äh, ne, aussieht. Äh, ja, komm gesund wieder. Joa. Joa. Zack. Schönes kurzes Hösken. Und dann geht's los, ne. Ja. Und da sie jetzt weg sind, sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.